hi und willkommen mein name ist aniel p und meiner metal mario master und wir begrüßen euch zurück zu let's play luigi's menschen drei ja in der tiefgarage sind wir gerade wir haben es gerade herausgefunden dass wir ins museum müssen aber vorher müssen wir doch einige sache eine sache erledigen und er auf mich zu blenden aus dem fern habe ich sogar getroffen haben kaputt wir holen uns noch nämlich noch den letzten edelstein der hier ist bevor wir dann in die nächste etage gehen machen wir mal folge mir ich weiß muss lang geht hat er dann bitte öffne die tür nein das mache ich nicht immer weg da so jetzt folge mir noch mal die treppe eigentlich treffen habe die treppe verfehlt ich weiß auch immer noch einen herkriegen weil sie nicht war relativ am anfang habe ich auch noch so in meinen aufnahmen so ein cooli deckel irgendwie gefunden in der lobby ich glaube da war manchmal kann man irgendwie sehen wie viele haben wir müssen wir ins labor gehen wir können auch wir könnten uns auch erst mal in die nächste etage gehen okay was dann das noch geld dran das geld an das geld aufgesaugt geld knopf der nächste etage der nächste etage also etage nummer neun das museum da habe ich jetzt brauchen wir haben jetzt bock drauf ne ja nein bist du mario bist du mario mario wisten beim ich bin fluigi mario und willst du nummer neun das museum vogel nummer kaputt ganze natur das hier ist das nicht schön was noch nicht mal alles geld aufgesaugt haben wir schon das erste juwel ich weiß auch schon wo der zweite ist okay vielleicht war da nicht das war die weder denn aber wir haben viel geld gesammelt und das ist wichtig oder die perle oder auf geht die auf brauchen etwas um die scheibe kaputt zu schlagen nachher 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 zerstören hier 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 will sie mal kurz zurückgehen sauber ruf gewählt hey und leben das machen wir mal zu werfen hier ganzen sind kaputt macht ja will es mir bitte mal helfen doch gerade schon gezogen man müssen müssen gleichzeitig ziehen ich will da nicht hin louis die lasst uns nach hause gehen ich kann also oder mehr neuer anseite noch ein ding ja aus dem maul kommt kommt geld raus das ist dass wir hier natur zu stören ne ja das machen wir gerne auch für zu stören gerne natur das ist was gold ist ja hat getroffen hat getroffen ich bin sehr stolz auf mich immer weg zum werfen das krähe wir müssen den t-rex da bestaunen nein ich möchte dann eigentlich in luigi lasst uns nach hause gehen kommt ja ja ist ja gut ich kann ja schon nicht nur so langsam machen und mal da wieder ist warum das denn da drin ja ist nun tot ist nicht so wichtig ist der einzig wahre tot oder ne da ist der gelbe glaube ich ist der gelb oh oh das ist ja wie dieser eine film ja wie hieß er denn noch mal hast du eine ahnung wie er hieß ich denke ich denke ihr wisst alle was jetzt kommt ja ja alle gestern und dann gegen die brust bekommen da ist ja voll aus millionen von jahre haben sie überlegt dann werden sie zerstört ja von zwei klemmtland der war die soziale von einem klemmt nach oben einem ja das ist deine chance ich bin noch wieder da aber direkt auf die bierde bekomme ich das auch dass ich noch mal fressen ich wurde gerade umgebracht sehr schön dass ich fassen ja ich trage auch meinen teil dazu bei ja 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 und nein jetzt ist der frei los stehe aus und kann ich nur so langsam laufen weil du langsam bist das ist ziemlich unsportlich was ich da gerade mache herzen den hinteren geschossen das ist ziemlich unsportlich das zu tun dagegen gegen seine bierde geschossen ich glaube wir haben kaputt gemacht ich glaube der war schon kaputt aber nur noch skeletten ja wie geht es ihnen ein geist aus längst vergangener zeit die müssen wir uns krallen er hat noch ihn auf die frise gegeben was zu schießen kaputt man ja mache ich doch da hast du doch gesehen ganz so einfach kannst du nicht eingreifen ich habe ihn ich habe ihn und schmeißt ihn ich will mir erst noch ein bisschen mit café abziehen losgerissen egal aber okay das fand ich jetzt witzig warum rechte man auch nicht nicht ich habe ihn ja klar ja warum denn auch nicht dankeschön dankeschön erwarte erst mal geld einsammeln nein musste bloß der einzig war getötet da bin ich jetzt kommt doch irgendwann du hast einen weiteren tod gerettet formidabel bringen wir ihn hier bringen wir ihn hier bei mir im labor in sicherheit gehen mit ihm zum aufzug ich glaube wir haben etwas um die scheidenkippe zu machen ah ja ich nehme einfach ihn und ich kann ganz langsam laufen ich nutze ich muss lieber menschliche geschosse oder pilzhaftige geschosse wie es mit dir aus ja marion ja ja nämlich war eine leiche überrechte von der leiche meins verfolgt um die neu und trotzdem gleiche als mehr kommen bei dir bin ich sicher denkt er ist ob la wie viel geld darum liegt ja ich mache kaputt danke warte bevor du jetzt hier die perle nimmst batting ich kann nicht sehen das ist doch nur ein juwel ich habe das noch das grüne gewählt ja hatte vor und weitergehender rechts war noch mal das alle eier kaputt gemacht machen das kaputt wo es ihr macht kaputt ja wo ist er damit haben wir das letzte juwel dahinten ist noch ein glaskasten können wir ihn behalten als kanonenkugel so eine waffe die geld ein so genau das richtige für dich ja allgemein schon völlig in den gebiet ja da ging schnell gg gg uns aus den augen währenddessen macht den kalt sofort nun denn luigi jetzt fehlen noch ein weiterer top prinzessin pisch und mario jetzt ist geschafft viel glück knopf knöpfchen land durch den mann einsteigen ohne dass irgendwas zwischendurch passiert da wird nichts passieren das weißt du doch nicht die zwei dame auf e5 die wasseranlage ja du hast mir jetzt schon ich weiß wackelt so darf ich nicht wackeln ich bestehe aus glibber daneben wenn sie schon eine saugglocke verpassen okay da können wir nach hause gehen wir gehen nach hause okay das volk die musik die hier spielen das machen ja wie es sich gehört und wachen ich habe sogar kaputt gemacht aber eine troje diesen goldene mäuse irgendwie nichts ja lasst mich mal ja ich weiß auch wie wir an die tour rankommen goldene saugglocke goldene saugglocke geld money ich kann ja nicht das ist ein bild aus warum war ich nicht nicht uns cream für fünf sekunden jetzt kommt der wasser waschen der albtraum war ein klempfer ja nun bin ich hier nur wieder rausgekommen lustiger schlüssel dann mal los nicht bevor ich das eingesammelt habe ich habe gerade die ich habe den schlüssel und jetzt könnte ich schau wieder verschont das passiert ach ja und den ja und den auch noch und die alle wir machen das echt gut warte mal du musst mir helfen ich glaube ich kann alle angemacht doch die sollen angemacht werden ja wasch echtes rätsel irgendwie alle einmal anmachen einmal aus warte die man auch da oben irgendwas soll jetzt gleich passieren da kommt kein edelstein aufmann der konkreten stein raus machen aber viel geld geld irgendwie nicht benutzen das ist egal von geld also ich bin wieder da ja weiter war da es wird ja kaputt machen geht doch die kiste auf ebmi umgucken jetzt bin ich habe vom besen erschlagen und nein nicht vom besen stärker als ich komme ja gewinne ich schalte mal eben das wasser und das wasser aus das hier einsammeln kann man mich umgebracht ich weiß es nicht ja okay ich will eben fast nach hause gehen ich gehe mal da also gar nicht doch wohl das wasser das tötet leute da unten war die tour by the way das war wenn ich mir kann zu haben machen was im vollen du steckst ja ganz schön tief im schlamassel luigi umso besser dass sie hier aus technischer sicht gut nachrichten kann der schreck ist wasser dicht dieser geist hat mit dem schalter den wasserstand manipuliert deshalb bis jetzt ein weg blockiert probier doch mal den abwasserkanalen lang zu laufen um den schiller zu erreichen du musst den wasserstand wieder absenken um den geist verfolgen zu können ich weiß nicht wieso aber nicht schwimmen obwohl es mal 64 ds konnte er konnte es nämlich so war mario irgendwie fast jeden anderen mal gespielt ja nur warum wir nicht wollen wollen wir ein bisschen brindale machen vor allem übergezogen hat gesagt gesehen ja ja kaffee kaffee und abprobieren dieses witz werden so kann ich werden ist das schön dieses ganze geld ganz allein mir regentropfen da untergefallen kann sich jetzt mit hilfe der schreckwegs vorbewegen wenn du sagst dann kommst du davor das schöne wenn du hast eine riesige gummi ente hast du bei hast du überhaupt eine badewanne und klar sagen wenn du ein hättest dann wirst du bist auch so eine riesige gummi ente rein tun ich würde erst mal da links in den tunnel reinfahren ja 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 ich weiß weil ich jetzt hier gerade alles mache du hast gerade den spaß des lebens war durch ja das ist mit medien was einfach wenn es hier ein abwasserkanal ist ja sie ist für mich ja das geht da oben damit ich da reden kann ich weiß gerade für dich eingesammelt habe nur für dich ist das nicht schön das geld er achtet gar nicht auf mich er hat nur aufs geld ich will ihn gerne werden fisch im abwasserkanal warum sind der fischer mann fahrer kanal ha 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 explosion da muss mir helfen jetzt solltest du dagegen halten da siehst du das wenn du die stacheln mit einem gummiboot berührst stirbst du okay du verlierst 10 hp und wir müssen diesen abschnitt noch mal machen das ist das das ist das das ist das das ist das die habe ich ja noch nie zuvor gesegnet ja genau weiß dass ich die ganze arbeit mache das was rausgefallen was aufgesehen das geld drin flaschen post mit einem brief und geld muss immer alle gummienden kaputt machen oder das ist eine melone warum sie hier melonen abwasser start ich will weiter ja ja ist den solltest du ausweichen das passiert nämlich wenn ein gummiboot kaputt geht du musst den abschnitt nämlich noch mal machen das heißt ich muss schon wieder alles machen ich habe so viel arbeit hier unten da bin ich bestehend glibber und vertragen überhaupt kein wasser das können wir erst machen sobald der wasser stand wieder normal ist bereit ja du musst dadurch aber du musst versuchen den heilen auszumeichen den heil geistern ich bin ja kein schaffens gut gemacht sagen wir noch mal einen schnitt weil okay dann machen wir hier entsteht und sehen uns im nächsten part wieder wenn wir den wenn wir dieses sehr seltsame rätsel hier lösen dann bis zum nächsten mal tschau tschau